Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir haben ja an diesen wunderbaren Ohr das letzte Mal aufgehört. Und ja, hier kommen wir nicht weiter. Hier muss ein Energiefeld. Ja komm, rauf. Woll ich mit dir reden? Woll ich mit dir reden? Und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Warum senkst du nicht dein Schild? Und wir finden, du wirst den Schild senken. Ich... Äh... Ich bin deine Zeit nicht wert. Es ist leichter, mich durchzulassen. Du bist meine Zeit nicht wert. Abschaum. Es ist leichter, dich durchzulassen. Äh... Sir? TK 7 Mark 3 an Basiszentrale. Schild herunterfahren. Was? Moment. Was? Nein. Ist alles echt funktioniert? Hahahaha. Okay. Okay, wir gehen da gleich weiter. Ich will mal erstmal noch dieses blaue Edge, was ich da unten hole. Oh, was zum... Du mich auch, ey. So, es ist wieder ein Echo hier. Das wird nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay. Gute Leistung. Söderle. Dann schauen wir doch mal, was die da so schön ist, verstecken. Und in der Episode wollten wir ja mit der Story ein bisschen weitermachen. Hervorragend. Und jetzt? Drücke hier und bestätige die Sicherheitsdruck in der KX-Serie. Ja, hier komme ich nicht durch. Ähm. So, dass irgendwie voll nichts macht? Oder... Übersiehe ich da jetzt was? Kann ich da vielleicht rauf? Nee. Ähm. Ich bin aber gefragt. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, ich vermute mal. Ich muss mal die Karte ansehen. Ja, das ist hier rot. Oder geht's da unten weiter? Nee. Ah, doch. Da unten blinkt was. Da hinten im Eck. Wo komme ich da hin? Ah, okay. Einfach jumpen. Nice. Interessant. Zusammen. Brauchen wir einen Ort, um sie einzupflanzen. Ja, das kommt bestimmt noch irgendwann. Genauso wie das Maut, was ich schon die ganze Zeit gern hätte. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Schnellreise. Heißt einmal meditieren. Konzentration. Und... Und dann bitte... Reading. Ja, anders mal. Schnellreise nach... Und da hin? Nee. Ähm... Wo kann ich Schnellreisen hin machen? Ja. Blumen. So, A-Reisen. Okay. Und dann schauen wir mal, welcher Weg da hinführt. Irgendwas habe ich nicht gefunden. Okay. Ausgang, 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 Ausgang. Ausgang. Ah, wobei... Macht natürlich Sinn, dass ich mich hier nochmal schnell heile. Äh... Ausruhen. Dankeschön. Hätte ich das jetzt aber auch bei der Schnellreise machen können. Gut. Karte. Da muss ich mal hin. Also würde ich sagen, einmal geradeaus. Und hier los. Rückgehe. Roboter. Was ist mit dem? Ey, du brauchst keine Angst haben. Warte mal, kann ich den zu mir herholen? Wo ist er? Komm her. Ja, lol. Da muss ich eingraben. So. Wer bist denn du hier? Oh, Jan-Kömmling. Gehst du in nächster Zeit mal in die Kantina? Wahrscheinlich. Hast du den Mut, Monk einen Haltebolzen zu verpassen? Warum sollte ich das tun? Weil er mich nicht mehr bedient, der alte Knauser. Ich gebe ihm Kredits, wenn ich welche habe. Lol. Ey, da oben ist er wieder. Oh, mein Gott. Kann ich mit dir fliegen? Okay. Da hat es doch bestimmt ein Secret mit diesem kleinen Roboter. Mann. Jetzt ist er wieder weg. Äh, was zum... Komm her. Äh, okay. War jetzt noch jemand? Ja, was war das jetzt alles hier gut? Kann ich hier rauf? Oh, ja. Ah, Baboha. Da lässt dich schon wieder ablenken hier. Ah, da hinten. Wie komme ich da hin? Ah, anställig werden wir von irgendwas gestochen. Äh, das klingt so, als wäre hier was Großes. Muss ich da lang? Ich glaube, ich muss da sogar lang. So. Ein schlimmster Albtraum. Aua. Oder du meiner. Je nachdem. Aua. Werft eine Granate. Ähm, wir besuchen dich mal. So akrobatisch. Ja. Und dein Untergang? Hä? So vielseitig wie ein Kreis, schätze ich mal. Hä, waren wir da nicht grad eben? Äh, okay. Ich hab Fragen. Oh, Meditationspunkt. Nice. So. Ähm, nee. Heilen jetzt nicht unbedingt. Abkürzung. Circa eine. Weiß nochmal schnell heilen. What's so on? Secret. Sieht so aus, als könnte man da vielleicht hoch. Ja, ich kann hier hoch, aber hier ist nix. Okay. Ich kann jetzt gucken, wo das mal ist. Ah, fuck. Jetzt hab ich das gemacht. Ja. Was soll's. Ich muss nach geradeaus, also gehen wir da rein. Okay. Oh, Kapftruide. Angriff im Ziel. Was soll hier annehmen? Ach, wow. Nice. Was macht ein Kampftröde wie du hier oben? Oh. Oh. Hala. Warum? Ach so. Ah. Kiste. Ja, hack mal bitte. Mega geile Aussicht hier. Oh, sie taktisch. Taktisch. Was ich noch gar nicht nachgesehen hab. Diese Anpassungen. Haben die auch irgendwie Boni? Nee, oder? Sieht denn hier geil aus? Ähm. Dum 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 dum. Sowas find ich nicht ganz okay. Ja, ja. Also, warte mal. Das war jetzt zerbaut. Nee, wir bleiben so. Ja, okay. Noch so. Hemd. Ja, ja. Okay. Das ist nur optisch. Kann ich mir mal zwischen den Episoden mal ein bisschen antun. Äh. Okay. Muss ich mit dir Stress haben? Muss ich mit dir Stress haben? Ich muss irgendwie rüber. Wie komm ich da rüber? Muss ich zu dir wirklich runter? Ja, hat's die Plattform. Da hinten oben ist auch was. Aber ich seh keinen offensichtlichen Weg darüber. Und da unten bei der Brücke können wir vermutlich rüber. Ach, wisst du was? Wir sagen mal Hallo. Tust du mir was? Ja, sieht so aus. Alter. 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 Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Aber ich hab's überlebt. Ach, ja. Okay. Und hier geht's dann rauf. Okay, das arme Viech. Jetzt ist es vermutlich ausgestorben. Hehehe. 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 Okay. Mal Abkürzung aktivieren. Oh, was zum... Was... Ach so, sind wir drüben. Keine Abkürzung. Schade. Mein Kollegen. Das ist eigentlich schon irgendwie geil, dass ich die einfach zu mir herziehen kann. Hehehe. Aber es sind einfach nur Kanonen unter die Dinger. Hmm. Da haben wir sich hin. Das heißt, ich geh erstmal hier rein. Wie immer. Okay. Ich dachte... Ah doch, da ist ja was. Hey, nicht schlecht. Ah. Moin. Okay. Im richtigen Moment blocken bringt dann schon sehr viel. Aua. Komm. Gott. Letzter Stim. Äh... Hast du das Teil aus... Gelöst? Mach mal bitte. Besten Dank. Soll ich mich heilen? Ich glaube, er ist, ne? Gehen wir davon aus... Gehen wir davon aus, dass da dringend gleich mal wieder so ein Meditationspunkt ist. Es geht los. Oh. Okay. Ein Wald? Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Was zum... Was seid ihr? Okay, ist hier doch... Ja, ich mein, oben offen, ne? Also man könnte hier auch einfach von oben reinfliegen und so. Man braucht jetzt nicht den Schlüssel unbedingt dazu. Ah, das zieht noch einmal raus. Wie sieht das rüberlaufen aus? Äh. Okay. Armes Vieh. Warum kann ich das kaputt machen? Ist das schlau, dass ich das kaputt mache? Äh, ja. War es aber jetzt schlau. Den können wir in Domas' Laden verkaufen. Ja, für Outfits, aber ich weiß nicht. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es nochmal. Wolltest du es hacken? Dann dauert es. Nice. Was wird man? Wenn wir jetzt da rauf springen, dann hebt es sich wieder nicht fest. Nein! Nein! Fuck, er hat sich festhalten. Was war eigentlich da unten? Okay, links. Oh, wow, wow, wow. Ey, sorry, dass ich euren Kollegen da umgebracht hab. Ja, hab schon bemerkt. Uh, die sieht auch geil aus. Hm. Was ist da der Trick? Okay, beim ersten Mal. Oh. Aber ja, die Gesellschaft. Gehen wir ab. Hm. Links runter. Hier rüber. Uh, nice. Ja, eben. Du kannst halt mit so einem Flugstab einfach da hinfliegen. Gibt's hier mehr seinen Weg? Nö. Ähm. Da runter. Kann ich mich da hochklettern lassen? Ja, das funktioniert. Komm, hoch mit dir. Nice. Geil. Saven. Und dann bitte auch gleich mal ausruhen. Wird wir unsere Stimpfax wieder haben. Das hier ist Raider geblieben. Da hier ist Raider geblieben. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Ja. Und wir fallen die Knappe. Das hat uns gebraucht. Und weg ist er. Nice. Was ist los, Kleiner? Was machst du jetzt schon wieder? Wo bist du hin? Achso, da einmal zum Scannen. Der Weg geht eigentlich nach da vorne weiter. Das mal hier umsehen. Oh. Da geht's nach unten. Okay. Warum sollte ich da rangehen? Why? Achso, deswegen. Ja, damit ich halt nicht wieder runterklatsche. Nice. Ah, doch. Geil. Das war immer ein geiler Finisher. Wir wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium. Hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. Ein Aufsinniger. Nice. Ist das jetzt neben der Hauptweg? Nebenweg. Hallo. Nice. Ah. Ja, blöd, wenn du mit deinem Schild halt nicht umgehen kannst, ne? Bitte einmal aktivieren. Was ist denn, ob ich sonst nix kriege? Keine Kiste? Keine gar nix? Das ist jetzt aber... Enttäuschend. Ach, Moment einmal. Da unten war noch was. Kann ich da einfach runtersliden? Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, fucking shit. Alla. Alla. Komm, gib mal hin. Alla. Ich konnte mich nicht mehr rechtzeitig heilen. Okay. Ach, ach, nö. Das soll ich noch mal machen. Alla. Ach, komm her. Alla, wie krass. Geil. Na gut. Jetzt wissen wir wenigstens, was zu tun ist. Der Ronybo. War exakt der gleiche Move wie der am Anfang. Nice. Noice. Kann man mal doppelt umsehen. Hier war ja nix. Oh, da war doch noch einer. Bin ich mehr da? Nice. Hallo. Ach, ich sag mal hallo. Hallo. Ja, da hattest du recht. So, das ist wieder aktiviert. Sehr geil. Und jetzt der Kampf hier nochmal. Alla. Alla. Komm her. Alla. Was ist denn das? Du spuckst die Dinger aus? Okay, diesmal konnte ich ausweichen. Okay, geschafft. Das ist sogar mit halbwegs Gesundheit. Was siehst du da? Achso, tot der Sturmtruppler. Okay, bitte lass was Anständiges drin haben. Das muss gehackt werden. Ja, wow. Das Ganze nur für eine Hose. Geht's hier weiter? Ähm, ah. Okay. Dann. Ah, so. Komm, raff. Komm, raff, 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 raff. Nein. Oh, Gott sei Dank. Selbst bevor sie beschädigt wurde, wäre sie hier nie im Leben angekommen. Zu Chris' Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Ja, so. Oh, aber dann nur wer. Also, das ist doch hier der Hauptweg. Okay. Na ja, klein. Ich will keinen Eiger. Hallo. Voll nicht bemerkt. Nur die Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Ich rede einfach drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich bin Kel. Das ist BD1. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht zur Reach zurück? Ich denke, das werde ich tun. Okay. Ist das ein neuer Recruit? Hm. Na gut. Wir gehen weiter. Ah, schade. Das geht nicht. Ja. Immer schön mehr kaputt machen. Ah. Und ist jetzt die Ab... Okay. Alles klar. Also wir sind die ganze Zeit richtig gegangen. Oh. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Einen Spionage-Droiden. Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders. Was? Ja, das haben wir ja ganz am Anfang ja mitgekriegt. Dass die da ziemlich heiß auf das sind. Was auch immer hier ist. Okay. Oh. der hat auch ein super finisher ja okay wenigstens sie sind jetzt wieder da na gut die haben schon ohne uns spaß und da unten könnten auch noch hingehen einfach so hin soll mir einfach so hin danke kamera dass du so toll bist das will das imperium mit einem abgelegenen planeten so schlecht so und noch was da geht es noch das ist wieder so ein riesen vieh ja okay gehen wir zuerst mal hier in die anlage müsste gleich dort hinten sein glaubst du diese kreatur hat einen festen schlaf vermutlich nicht okay also wenn das eh unser weg ist dann gehen wir noch mal nach oben hin zu diesem affentypen da oder was auch immer das war was kann ich hier machen das bringt mir jetzt was konnte ich nicht hier rauf gehen okay so da da hast du doch spaß da hinten komm mal her aber Nein, 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 nein. Ich hab doch... Ach, fuck. Komm, bravo. Den müsst ihr schaffen. Der kann nicht so schwer sein wie der andere. Und mein größter Fail war grad, anstatt X hab ich A gedrückt. Ah. Ich hab einen Controller. So, das mal ohne Umspeife. Guck mal, hier drüber jumpen geht nicht, oder? Ah, doch geht. So, mein Junge. Guten Tag. Na. Oh, was? Nein. Ah. Ich und Boss kämpfe. So. Ich glaube an mich. Ich schaffe das jetzt. Boah, ich würde auf den viel schwierigen Schwierigkeitsgraden ja voll untergehen. So, drüber bitte. Moin, dabei ist man wieder. Alah, fuck. Alah. Alah, fuck, 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 fuck. 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 Au. Ja. Der Kampf war alles andere als effizient. Und was kriege ich jetzt von dem Ganzen hier? Habe ich das jetzt für gar nichts gemacht? Und hier rauf? Ja. Oder ist es ein Wall Run hier? Ne, oder? Okay, jetzt bin ich hier. Ja, vielleicht da hinten irgendwie? Ne, komm da nicht drauf. Komm, weiter rauf. Yes. Okay, ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber wir haben es geschafft. Oh, was bist du? Oh. Was ist das? Oh, ist das ein generelles Steam-Upgrade, das ich da mehr habe? Yes. Yes. Geil. Also, dafür hat es gelohnt. Jetzt könnte ich mich viermal verprügeln lassen. Äh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Tür aufgeht. Oh. Einmal speichern. Und was macht er hier? Ja, hier. Was ist das? Der sagenumfobene Fahrfisch. Seine Geschichte ist voller Gier. Und eine Tragödie, die einen bis auf die Knochen durchnässt. Es gibt nur noch wenige Fahrfische. Wegen ihrer schmackhaften Drüsen. Aber ich will die arme Kreatur nicht um ihre Organe erleichtern. Äh. Was genau? Ähm. Oh. Okay. Ich will sie in den Salon bringen, um eines Tages einen Partner für sie zu finden. Du spielst den Koppler, was? Hast du früher schon mal andere Fahrfische gefunden? Äh, nein. Aber beim Angeln geht es darum, die Welt besser zu machen, als man sie vorgefunden hat. Eine Welle ist nur so gut wie der Stein, mit dem du sie verursachst. Wie wäre es jetzt mit deiner Geschichte, Junge? Ah, du, andermal. Wurde ich jetzt nicht sein. Ist das der Mainweg hier? Da hinten ist ein Gerücht. Ich glaube, das ist der Hauptweg hier. Ja, dann gehen wir nochmal zu dem Vieh da hinten runter. Was er so getan hat, als würde es schlafen. Wobei komme ich jetzt hier wieder leicht rauf? Oder muss ich da wieder diese Wallchamps da hinten machen? Ach, was soll's? Machen wir hier weiter. Und dir? Viel Spaß, Sano. Nice. Gieß der. Warum? Warum muss ich es warten? Hm. Na gut. Funktionierst du? Da geht's nach oben. Ja. Okay. Bin ich zu früh oder sowas? Hm. Ja, dann ist das erstmal hier geschlossen. Wird das auch so angezeigt? Also doch. Anderer Weg. Bis Erste. Ja, ich glaube, ich gehe hier wirklich falsch rum. Ja, dann würde man dann hier runterkommen. Kämpft gegen den. So vermute ich irgendwie wer. So. Okay. Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Kann ich das irgendwie zu mir holen? Oder was ist, wenn ich da rüberspringe? Yes. Sonst irgendwas hier? Nö. Okay. Da rein. Oh. 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 Willkommen, Jedi. Centauri Kree. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Aha. Oh. Okay. Oh, cool. Etwas, was ich total liebe im Spiel. Rätsel. Ich glaube, darüber bringt es mir erstmal nicht irgendwas Sinnvolles. Wir gehen dann mal darüber. Oh. Bitte mitnehmen. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun. Hoffentlich ist er den Aufwand wert. Da brauche ich mal noch eine Kugel hier. Oh, da ist auch noch was. Kann ich mir die Kugel von da hinten irgendwie herholen von da? Nee, irgendwie nicht. Hm. Sonst, hier kann ich auch nirgeln. Ah. Ach. Ich muss echt mal auf diese ganzen Spalten. Okay. Okay, komm. Ah. Komm, ich schiebe da her. Kugel, komm her mal. Kann ich mit dir da durchlaufen? Das ist okay, ja. Ah. So, Shit. Kann mir der Kugel da nicht durch? Okay, wie kriege ich die Kugel da drüber? Hm. Und warum soll ich da hin? Wieso habe ich die Option, da hinzugehen? Kann ich da hinten irgendwas kaputt machen vielleicht? Bei dieser einen Wand hier. Ich probiere es einfach mal aus. Oh ja. Ich kann was kaputt machen. Weil da eine Kugel drin ist. Geil. Okay, doch nicht so schwer. So, Magic Kugel, du bleibst mal hier unten. Kommst doch mal mit. Nein, abbleiben. Nicht verlieren. Kommst du wieder runter? Oh nein. Kugel, bleib doch. Bloß nicht zerquetschen lassen hier. Südli. Okay, bleib doch. Nois. Nois. Lass mich raten. Jetzt muss ich da die Kugel mitnehmen. Sehr gut. Kommst du hier rein? Initial geht's da rüber. Was, glaube ich? Ah ja, gut. Da haben wir noch so eine Erinnerung. Nehmen wir mal mit. Eine Sackgasse? An, was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. So, lieber Schalter. Was bewegst du? Ah. Okay. Ich sollte vielleicht auf die Plattform auch werden, die ich das mache. Und da habe ich jetzt keine Kugel mehr. Oh, noch was? Mein Paderwan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Also, das Rätselmord ist jetzt überschaubar. Sogar für mich. Ähm. Was ist da? Der Datendisk aus der Zeit der Hohen Republik. Ich wette, sie hätte Verwendung dafür. Bin ich jetzt nur dafür hier? Ist hier sonst irgendwas hier oben? Was denn? Hübsch. Ach, die Zeichnung. Oder so. Hm. Hinten scheint es weiter zu gehen. Hey, Kugel. Kommst mal mit. Ah, fuck. Entschuldigung. Da bin ich jetzt gerade einmal voll gegen das Mikrofon. So, hier lang. Oder auch nicht hier lang. Oh, geil. Oh, geil. Das funktioniert also. Warum bin ich da rüber? Weil. Hm. Nicht, ja, Ausgang. Was haben wir hier? Oh, nice. Nice. Geschicklichkeit. Neue Bonus. Ja, und da hinten. Da glaube ich, brauchen wir irgendwie... ...Mega-Jub, dass wir da reinkommen. Oder wie soll man denn sonst da irgendwie reinkommen, da oben? Hey, Kugel. Komm doch mal her. Okay, ich darf das mit der Kugel nicht sagen. Okay, Kugel kommt dann wieder. Jetzt kommt es natürlich wieder, weil ich es schon wieder gesagt habe. Ja, auf damit, Andy. Hm. Hm, 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 hm. Ne, das schaffe ich nie. Ich probiere es, aber dann gehe ich drauf. Ja. Das war wohl nix. Kugel, komm her. Wir gehen mal nach hinten wieder. Kannst. Moment. Ah. Ja, gut. Tschüss, Kowski. Kann ich mich da unten fallen? Ah, das wird garantiert zu hoch sein. Nein. Oh, fuck. Ah. Warum? Machst du es jetzt nicht? Komm. Warum? Wieso hält er sich jetzt nicht fest? Jetzt. Ah, doch, kann ich. Alter. Das sind wir halt jedes Mal 1-1-Zwirbel. So. Ah, der wird 100 pro aufwachen, ne? Komm. Ich bin nix von dir. Also, wie komme ich da hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Ah. Ah, Moment mal. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Komm. Fuck. Alla, nein. Ich bin jetzt da. Fähne schaue. Dankeschön. Auch wenn ich dich nicht töten wollte. Jetzt. Ach, das ist wieder so ein Zeitding. Das sieht noch secret aus da hinten. Er wie hier schon wieder. Alla. Ich krieg den halt auch nie. Ja, genau. Wie macht er? Ah, da. Na, komm. Mach mal auf. Hm, genau. Okay, alles klar. Oh, was? Ich hab ihn doch gekriegt? Okay, dann krieg ich Sachen, wenn ich den erwisch. Dead end. So, dieses Rätsel da. Ich kann beide einfach mal ranziehen und fertig. Okay, komm. Scheiße. Ich glaub, ich muss das noch machen, während ich drauf bin. So, komm her. Okay, rauf mit dir. Puh, ich hab's geschafft. Oh, leckerla. Keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht nicht wirklich sicher aus. Ähm. Was ist das? Alla. Das, was, was ist das? Oh. Super. Also, wir sollten da nicht rein. Aber geht's hier doch irgendwie weiter rein? Hallo? Noch eine Datendesk. Hm. Sackgasse. Warte, wir haben ja doch gesagt, manche von den Dinger sind doch lose. Ja, aber der natürlich nicht. Wie komm ich da rüber? Ich seh nix offensichtliches. Oder einfach schnell sein? Ich probier's mal. Alla. Nö. Das war schon mal nicht die Lösung. Komm, geht's weg? Dankeschön. Hm. Ah, vielleicht raus oder rüber. Äh. Ach so. Ist das so ein Zeitding. Oder wie? Oder auch nicht. Moin. Nice. Geschafft. Das ist also das Werk von Centauri Creek. Holy. In der Rest von sie's Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalor hier irgendwo sein. Sieht schon ziemlich geil aus. Ah, da sind wieder die Viecher. Und überall dieses blaue Zeugs hier. So. Einmal safen. Und ausruhen. Sehr gut. Cool. Liebe Leute, nachdem wir jetzt wieder an der Zeit sind, würde ich sagen, schauen wir uns das ganze Areal in der nächsten Episode an. Ich glaub, da werden wir ein bisschen beschäftigt sein. Der Anlage fließt zu diesem zentralen Turm. Vielleicht finden wir dort mehr heraus. Ähm. Was für ein fetter Flugvogel ist da hinten. Okay. Ich werde hier Spaß haben. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, das ist vielleicht ein Devon erhobender oder ein Kommentar. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, werdet ihr sogar auch kein Ami-Glied. Bis denn dahin. Möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Bravura. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.